To the Volcano? Alles klar, tun wir das. Ich dachte, es gibt noch Rätsel oder so im Tempel. Auf einmal ist da aber nur dieses fette Vieh von... Oh, Red Eye. Drücke zum Abflug, zum Orbit. Ja, machen wir. Oh nein, ich muss wieder fliegen. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist, ne? Man sollte mir nie einen Flugschein geben. Aber ich hoffe, das wird jetzt etwas entspannter. Sollte so sein. Ah, wir haben wieder mehr Leben, das ist schön. Ja, der ist sehr dankbar. Du hast ihn vor dem blutrünstigen Red Eye gerettet. Bring den Arnstein zum Ignisquell-Tempel. Er wird das Siegel dort wieder schließen und bald wird der Planet wieder vollständig sein. Los, Fox, du kennst den Weg. Mhm, Pepper out. Ignisquell. Ja, immerhin besser als Sieben-Goldringe. Wagen wir uns ran. Mal wieder. Ihr kennt ja meine Künste. Wohoi, aber der Rückweg scheint einfacher zu sein. Aua. Wohoi. Na, 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 na. Ihr seid böse. Ja, das seid ihr. Hui. Und ich mag diese... Ups. Ja, ich mag diese Minen in der Luft ab, nicht. Diesen... Das pure Böse. Aua. Na, einfach schnell durch. Ja, ja. Ja, ja. Ich versuch's, sie schon auszuschalten. Nö. Vielleicht werd ich ja besser. Aua. Sagte sie und rammte gegen den Fels. Wuhu. Da, 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 da. Yeah. Oh. Fünf-Punkte-Unterschied. Zum zweiten Platz. Das ist doch mal was. Aber ist ja jetzt auch egal. Wir müssen den Arnstein zurückbringen. Schleunichts. Schleunichts. Ignisquell-Tempel. Wo war der nochmal? Ja. Raus da. Hopp. Ach. Schön sonnig hier. So. Du da. Da oben. Also müssen wir... Aha. An dem Mondbergpass vorbei und so. Ja, genau. Bei dem... Wir müssen zu dem Tempel, wo wir zuerst waren. Let's play. Ja, das können wir gerne tun. Also ich tu das ja eh schon. Aber jetzt bist du mal dran, Tricky. Ah, ist das süß. Gib mir den Ball. Ja, gut gemacht. Nein, pack die Waffe weg. Und hol ihn dir. Und jetzt müssen wir unsere Arbeit verrichten. Also auf zum Mondbergpass? Also auf zum Mondbergpass? Nein, Capclaw. Mondbergpass war dann die Richtung. So. Ne, Fontaine? Wir könnten mal unsere Energie ein bisschen aufladen. Unsere... Unser Magimeta. Genau, so hieß das. Du musst das doch einsammeln, Fox. Sup. Auf zum Mondbergpass und Ignisquell. Böse Pilze sind böse. Ach ja, der Weg ist wieder so lang, ne? Wir sehen uns gleich wieder. So, dann wären wir hier wieder im Tempel angelangt. Haben wir noch einige Kleinigkeiten auch noch zu holen, weil wir vorher einfach nicht die entsprechenden Fähigkeiten dazu hatten. Und... In welche Richtung muss ich? Hehehe. Das ist wieder sehr schön verwirrend hier. So, da geht's auf jeden Fall zum Mondbergpass. Hier kann ich nicht lang, also muss ich runter. Runter. Lass mich runter. Danke. So. Huch. Was war das denn für ein Hänger? Das war ja mal etwas ungewöhnlich jetzt. So, wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Wey. Und dann können wir das hier endlich öffnen. So. Ha. Eiz, Helen, seid mein Einbuff um. Das brauchen wir nicht, denn die Taschen sind voll. So. Oh, jetzt wäre ich fast da runtergesprungen. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Oh, das hätte mich fast getroffen. Und da geht's zum Tempel. Ja, geh weg, Friedermaus. Ich treffe dich sowieso nicht, das weißt du doch. Das kennen wir doch schon, als wir zum ersten Mal hier waren. Uns fehlt ja auch nur noch ein Geist, oder? Ach, wir können die Leute hier gerade nicht aufrufen, die uns das anzeigen. Oder? Nee. Keine Chance. Hallo. Ach, ich habe heute keine Lust auf euch. Wir müssen doch irgendwie wieder da rein, ne? Ja. Aber natürlich. Gut. Aber die müssen wir diesmal besiegen. Hallo. Aua. Nein. Nein. Schlag mich doch. Hüpf hin und her. Ja. Nein. Ich sehe nichts. Ach, das Böse. Ja, geht doch. So. Na komm, schlag drauf. Super. Alles klar. Alles klar. Arnstein. Rein. Super. Hallo. Du stehst da so. Soll ich ihn mal vereiern? Hä? Hä, was war das? Hä? Okay, das habe ich jetzt echt nicht erwartet, dass das geht. Aber, naja. Ne? Ist ja. Ist ja nur zu unserem Vorteil. Ist ja nur zu unserem Vorteil. So. Dann kann ich hier nochmal runter. Ach, schön, dass man die Rätsel nicht alle nochmal machen muss. Das fände ich jetzt wirklich sehr öde. Aber ich dachte, hier passiert vielleicht was Neues. Deswegen habe ich hier auch schon wieder angefangen mit der Aufnahme. Ja, ja. Ach, wunderbar. Wie das alles läuft. Das ist so schön. Da oben leuchtet was. Da leuchtet was aber sehr speziell. Eine E-Zelle. Da will ich hin. Da komme ich aber nicht hin, weil die Brücke da eingestürzt ist. Okay, machen wir den Arnstein einfach dann rein. Würde ich behaupten. Oder? Ach, ist ja auch nur eine E-Zelle. Ich denke, wir haben genug. So, hier. Oder vielleicht kommen wir eh da vorbei. Okay, das Tor ist auf. Ja, wir müssen eh da hin. Aber das Feuer. Das Feuer. So. Ha! Ha! Nein! Geh rauf. Okay. Es hätte ja klappen können, ne? So, geh aus. Aus mit dir. So. Nein, nicht wieder runterfallen. Das wäre sehr böse. So. Hätten wir das geschafft? Oh nein. Ich hasse euch. Das wisst ihr, ne? Ich hasse euch! Dann holen wir uns doch mal die E-Zelle. Ist ja auf dem Weg. So, da ist sie. Noch irgendwas, was ich bräuchte. Pilze. Magie. Nö. Dann auf ins Türchen. Ja! Ja! Mach's doch noch besser. Ach, herrje. Ich wäre dann für Heilung? Ah! Wie gerufen. So. Ja, Feuer! Feuer. Aua. Ich bin so unglücklich, um darauf zu warten, dass es wieder ausgeht. Aber ein bisschen Magie wäre auch schön. Kann ich hier schon runter? Nein! Wir fahren diesmal hoch! Wow! Mal was anderes. Alles klar. Und weh, hier kommt Feuer. Nein, es ist zu. Okay. Jetzt beginnen die neuen Rätsel. Und ich sehe eine Leiter. La, 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 la. Was haben wir hier zu tun? Grünes Feuer. Energie. Blaues Feuer. Energie. Rotes Feuer. Energie. Und gelbes Feuer. Ja. Ja. Muss ich das in irgendeiner Reihenfolge ausmachen? Oder... Steht mir das frei? Oder... Das ist aus. Es ist an. Ja. Sehr schön. Dann machen wir mal erst das Rote. Nein, das war wohl auch falsch. Erstes Blaue. Das war wohl richtig. Okay. Blau. Grün. Und dann würde ich sagen Gelb-Rot. Gelb. Mist. Und die sind natürlich wieder an. Okay. Blau, Grün, Rot, Gelb dann. Und der Weg ist frei. Bye. Weiii. Ich mag das Kinderprutschen. Heather. Wee. Vielen Dank.